Stark, unstechlich und erfolgreich, stark, unstechlich und erfolgreich, wir sind die Stimme für das Zugpersonal, Lokführer und Zugbegleiter, keiner ist uns egal. Ich bin Detlef Winkens, Lokführer in Neuss. Ich bin Horven Vogel, Lokführer in Trennberg. Ich bin André Kommessa, Lokführer in Wanneichel. Ich bin Thomas Kastras, Lokführer Oberhausen. Ich bin Ralf Winkens, Lokführer Neuss. Wir sind die Spitzenkandidaten der GDL-Liste im Wahlbetrieb Cargo Duisburg. Unser Programm ist, wir stehen für eine starke Interessenvertretung vor Ort. Wir stehen für Verbesserung des Arbeitsumfeldes. Wir gehen Probleme an und lösen. Wir stehen für die Einhaltung der Tarifverträge und Betriebsvereinbarung. Wir sind für alle Mitarbeiter zuständig, aber wir brauchen deine Stimme. Start- und technisch und erfolgreich. Start- und technisch und erfolgreich.